Ich schweisse sehr gerne, aber auch Arten wie Abkante oder Blechentgarten, das mache ich auch sehr gerne. Was sollte man für die Fahrzeugschlossene Lehre mitbringen? Sicher Mathematik und Geometrie sind sehr wichtig, aber auch die räumliche Vorstellung von Körperdisch braucht man auch. Was mache ich in meiner Lehre besonders und auch nicht gerne? Besonderes gerne ist eigentlich allgemein arbeiten. Ich kann sehr gerne arbeiten, weil da habe ich etwas zu tun. Was ich nicht so gerne mache, ist Serienarbeiten, weil ich brauche recht viel Zeitaufwand. Aber dafür sieht man am Schluss, was man erreicht hat.